Bislang sahen meine Videos so aus. Aber wird es so bleiben, oder muss ich bald so ziemlich alle meine Videos löschen, sobald ein europaweites neues Urheberrecht beschlossen wird? Bislang heißt es im deutschen Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, zulässig ist, Werke, die sich bleibend an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Grafik durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Bei Bauwerten erstrecken sich diese Befugnisse nur auf die äußere Ansicht. Am 9. Juli 2015 soll im Europaparlament eine europaweit einheitliche Gesetzgebung beschlossen werden, die dann auch ins deutsche Recht übertragen werden müsste. Dabei heißt es im vom französischen Europaparlamentsabgeordneten Jean-Marie Cavada eingebrachten und mit einer Dreiviertelmehrheit im Rechtsausschuss beschlossenen Änderungsantrag Nr. 421, das Europäische Parlament vertritt die Auffassung, dass die gewerbliche Nutzung von Fotografien, Videomaterial oder anderen Abbildungen von Werken, die dauerhaft an physischen öffentlichen Orten platziert sind, immer an die vorherige Einwilligung der Urheber oder sonstigen Bevollmächtigten geknüpft sein sollte. Falls das demnächst der Fall sein wird, kann ich fast alle meine Videos löschen, und im Neuen müssten urheberrechtlich geschützte Gebäude unkenntlich gemacht werden. Oscar Niemeyer hat in Aviles eine eindrucksvolle Architektur geschaffen. Leider ist er inzwischen verstorben, aber leider noch nicht lange genug tot. Erst 70 Jahre nach dem Tod eines Künstlers erlischt das Urheberrecht. Wenn man dann auch Bilder, Fotos oder Videos von Gebäuden, die von jüngeren Architekten stammen, zeigen wollte, müsste man alle Bilder mit einer Maske zendieren. Oder würde es reichen, die abgebildeten Gebäude unkenntlich zu machen?